Es war einmal, und das vor langer Zeit, ein Land mit einer Sprache und zwei Systemen, dazwischen befand sich eine schwer bewachte Mauer. Und als die Mauer weg war und die Euphorie der Vereinigung, begann die Schwerarbeit der Verständigung. Ein Land hatte aufgehört zu existieren. Nicht eine Landschaft, aber ein Land als gesellschaftliche Konstruktion war verschwunden. Herr Ulfminster zu Gast, heute Zeugen der Zeit. Herr Ulfminster in aller Munde. Die letzte nächtliche Runde in einer Auseinandersetzung, die uns noch alle zu entfernen wird. Ich hatte schon auch mit den Gedanken gespielt, auch rüber zu gehen wie viele meiner Freunde. Also ich wollte das Land nicht den alten Männern überlassen. Das ist ein hochenergetischer Ort und mit all seinen Rissen und Verwundungen etwas, was sehr lebendig ist und sehr anrührend. Und das hält mich am Ort. Wenn du zweimal in Leipzig warst, bist du schon Leipziger für die Leipziger. Das Leben ist eine Reise auf der Suche nach Liebe und Rückkehr zu sich selbst. Fuck! Arbeit? Jetzt die Leipziger.